Das alles, was ihr jetzt gerade seht, bis da hinten hin, irgendwo, ich zoome mal ran, bis da hinten, na, so, na, los da, bin ich gestern im Regen gefahren, mit Gegenwind, heute zum Glück Rückenwind, das ist so geil, es ist einfach nur entspannt. Natürlich kommt jetzt ein bisschen Niesering wieder, ich hoffe es hält sich aber an Grenzen, weil ich habe keine Lust wieder nass zu werden, mal schauen, wo die Reise heute hingeht, aber da ist auch die Sonne, irgendwo, und da hinten irgendwo, da ist Amsterdam, was ich jetzt hinter mir lasse, mit einem guten Gefühl und einer guten geilen Zeit.